Samia Step Übung 7 So, jetzt kommt unsere Leiter wieder ins Spiel, die wir jetzt erst ins Spiel bringen, weil die Übung Samia Step an der Linie etwas leichter zum Erlernen ist. Und jetzt machen wir den Transfer in die Leiter. Das heißt, wir fangen links von der Leiter an und springen dann den ersten Sprung in die Leiter und dann wieder raus. Und von der rechten Seite wieder in die Leiter und wieder raus. Einfach mal ansehen und ausprobieren. Viel Spaß! SUBTITULOCHILENSE